So, Neuron Smite mit Dennis Hi Und mein... Mann, was ist das denn jetzt hier? Mein Browser ist gerade mega am abgeschmiert sein Abgeschmiert sein, auch gut So, und wir haben jetzt hier so eine Daily Match of the Day gemacht Jeden Tag kommen hier neue zufällige Matches Da spielen zum Beispiel jetzt alle Freya So ein Held hier in Smite Der ist so ähnlich wie Kylie Mit dem Q-Aktiv machst du aus seinen Nahkampfattacken Range-Attacken Mit E machst du deinen Schlag einfach stärker Mit R hast du so ein Hochschleudern Und mit... Ich sag jetzt meine Tasten, ne? Jaja, ist schon klar Mit der Ulti machst du dieses Hochschleudern Fliegen Und dann kannst du Feuerwehr auf den Boden schlagen Und der Q, wenn du den triffst Der slowt den Gegner, glaube ich, sogar Sehr cool Ja, irgendwie verstehe ich den Held so halbwegs Glaube ich Der ist ziemlich simpel eigentlich Ach, scheiße, ja, der hat mich gefistet Ja, muss ich erstmal richtig reinkommen Der Q ist Main dann, ne? Genau, da machst du 10% Lifeshoe und deine Physical Damage machen... Boah, Alter, deine Spells machen so viel extra Damage Deine Autotext-Boah, das ist aber heftig, ey Ja Und mit der Ulti kannst du fliegen, ne? Ja, und dann kannst du dich fortbewegen und dann Feuerbälle auf den Boden ballern Boah, das ist ja mega geil Je nachdem wie hoch du die hast, desto höher bleibt sie oben Äh, desto länger bleibt sie so höher So länger bleibt sie oben Und dann sollte es natürlich ein bisschen auf die Tick-Speed gehen Damit du mit dem Q Oh, nicht raus trotzt Boah, zack Boah, Alter, das sieht aus Ja, ja, wenn da viele Viele oben sind, das ist krass Boah, ich hab einen gekillt Noch einen gekillt Ne, doch nicht Boah, Alter, ey Das ist aber echt krass, wenn ihr alle Freya sind Boah, WTF, Mann Ich geh überhaupt nicht durch, ey Megakrass, ey So, jetzt muss ich nochmal gucken Was mit meiner, äh, Activates a Buff Okay Basic Attacks, okay Achso, mit dem zweiten Spell Machst du deine Fähigkeiten Machst du, äh, das Range Okay Der zweiten, ja E ist, ähm, Versterbung von deinen Attacken Aber auch Okay, und 50% deiner magischen Ne, 20% deiner magischen Power geht auf deine physische Power drauf, okay Okay, der wird sich schnitzig Nice Boah, Alter, ich Das ist aber auch echt krass, ey Wenn alle dieselben Helden haben Ja Aber das macht Bock Das bockt echt Der Modus Aber der schämt zusammen Jawohl Oh, fuck Ich hab's einfach drauf, Junge Boah, Alter, ich werd hier Oh, nein, oh Fuck, ey Was baut man denn mit dem für Items Einfach so Attack Speed oder was Ein crazyes Attack Speed Ah Vielleicht gar nicht mal schlecht, ne Du gehst eigentlich Tatsächlich mehr auf Attack Damage Also Magie Schaden Ich baue mal hier irgendwie so ein Gibt's hier nicht an Items Irgendwas mit Magical Power und Gleichzeitig noch was anderem Attack Speed oder sowas Magical Protection baue ich mir mal Den Voidstone Und dann mach ich noch ne Aura Dann mach ich die Magical Protection von denen runter Ich glaub, das ist ganz cool, wenn alle Fräher sind, ey Warum ist hier eigentlich gar keiner außer mir? Darf ich da mal fragen? Boah, das ist ein Gekloppe hier, Alter, ey Zeit zum Kloppen Ja Boah, Alter 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 Schwede, Mann Boah, wie gehen die denn ab, Mann Holy fuck, ey Jo, die gehen echt tatsächlich alle auf Physical, ne Alle lieber auf Attack Damage Egal, ich hole mir trotzdem das eine Item fertig Und dann Mal gucken Ja Boah Boah, die Ulti ist aber auch echt krass Wow Alter, ey Bestätigen Kannst du nur bestätigen, ja Achso, ja Alter, machst du viel Damage mit Auto-Attacks, wenn du den Q anmachst, ne Also den ersten Spell da, Alter 10% Physical Life Steal und machst du noch extra Schaden, Alter Was gehst du denn für ein Items, Dennis? Ich habe jetzt erstmal dieses Du hast ja aber auch Mana gebaut, ne Ja Gehst jetzt auch erstmal auf Mana Attack Speed, ich hole mal jetzt als nächstes Ähm, was baue ich denn jetzt mal hier, Attack Speed oder sowas Ich glaube, das ist ganz cool Ich baue mal dieses Fatales Item Was hier, äh, Move Speed gibt und Attack Speed Und dann nochmal mit jedem Angriff mehr Attack Speed Ja, das ist aber bestimmt auch richtig cool Boah, Alter Meine Fresse Boah, Alter Boah Machen die dich tot, Alter Wenn die einmal da richtig in die Mangel genommen wirst, Alter Boah, ich habe sechs Kills, ey Habe ich gar nicht mitgekriegt, ey So viele Kills haben, ey Die ist Perek, too strong Aber wie viele Schüsse? Viert, vier Schüsse kannst du abschießen Oh man, ey Ach so, Noobs Boom Langsam verstehe ich den Held Langsam habe ich den Plan einigermaßen wieder funktioniert Kurz vor dem Tod kannst du halt auch nochmal hoch Boah, Alter, ey So, jetzt habe ich mein Item Ich glaube, ich gehe dann auch auf Aber ich weiß nicht, ey Normalerweise brauchst du nur auf Magical Power gehen Weil 20% deiner Magical Power gibt dir auch Physical Power Weißt du, was ich meine? Ja Was sind denn hier Popular Items? Ja, habe ich mir direkt gebaut Basic Attacks reduce Magical Protection Ey, Attack Speed und Physical Power gibt das Item, Alter Und die reduzieren nochmal Magical Protection die Attacks, ey Das ist bestimmt richtig Bombe, Alter Boah, what the shit, Alter Macht der Damage dieser Hero Der geht richtig steuer, oder? Boah, Alter Ich glaube, das ist auch so ein Held Den könnte man sich auch kaufen, ey Das ist auch richtig cool, der Hero Oh, fuck Das ist gar nicht mal so einfach, ne Wenn die dann Hä, kannst du dich selber hochschmeißen auch? Boah, Alter Boah, Alter Aber wenn man einmal begriffen hat, wie der Char funktioniert, ne Boah, das geht mega ab, ey Hätte ich gar nicht gedacht, ey Ich frage mich, warum ich manchmal so kleine Ruckler habe hier, ey Der geht steuer, der Junge Der geht steuer, der Junge Boah, Alter Wie abgeht der Held, oder? Krass, ne Ja, richtig krass ist das Ich habe halt einfach 1,88 Attack-Speed, ne Renn die Macht am Haul auf, Alter Der steht 6,8, ey Boah, shit, ey Boah, ich stehe 13,6, Mann, ey Ich spiele den Scheiß jetzt zum ersten Mal, ey Boah, direkt mal hier Direkt hole ich mir auch dieses eine Item hier Magical Power Increase, weißt du Prozentual nochmal Ja, das geht glaube ich auch richtig fett, ey Aber die Ulti macht auch mega Schaden, ne Ja, aber wir haben einen Leaver, ey Boah, das ist ja ärgerlich 0,5 hat der Dude, ey Boah, jetzt langsam reicht's aber auch mal Boah, shit, ey Machen die einen Damage, ey What the shit, ey Holy fuck, ey Gar nicht mal so übel, was die für einen Schaden raushauen, ey Manor ist converted to magical power, okay Ja, das brauche ich aber nicht, das Item, glaube ich Na, ich denke mal, das ist auch ein bisschen noch was anderes Weil hier echt so viele von den Freyers sind, ne Der einzige Freyer hält bis, ey Da kannst du bestimmt noch mehr abgehen, ey Aber der bockt auf jeden Fall schon richtig, ey Ja, das war ein bisschen schlimmer, schön Macht Spaß Ich werde mir mal die Buffs hier holen, ey Jetzt hast du gar nichts mehr Boah, Alter Boah, ist halt krass, Mann Also die Boxen, die sind schon ordentlich kaputt hier, ey Aber die sind auch einer mehr, ne Obwohl der eine ist von uns wieder da, ne Jawohl Boah, ich hab 340 AP und auch noch physical Ach, leck mich doch Haben sie Schiss gekriegt, ey Boah, die Schweine Boah, Alter, du machst sogar Splash Damage, oder was Alles Alles Ah, scheiße, da wurde ich gefistet Boah, der macht aber schon richtig Magical Lifesteal, Alter Das hört sich gut an, ey Das hört sich gut an, ey Oh, jetzt noch Hämtlich, Scheiß Buffs holen Mann, da ist Quizblock Boah, wir sind aber am Führen, ne Ah, sehr Sehr Boah, ich mach 400 Damage mit nem Auto Attack, Alter Boah, Alter Da war auch schon ganz schön ordentlichen Schaden gemacht, gerade in mich, ey Boah, ich hab auch 200 Physical Power, ne 400 AP, ey Richtig heftig ist das, ey Der einzige, was ich scheiße finde an dem Auto Attack, ist einfach, der ist so Der ist so fucking Boah, Alter Hätte die einfach permanent hochgeschleudert Der ist so fucking, äh, langsam, weißt du Also, diese Wenn du den Range Form anmachst, finde ich Der Melee Die Melee Form ist manchmal sogar echt sinnvoller, irgendwie, finde ich Ja 19,9 hab ich, Alter Mega, ey Voll steil hier, der Peric So, jetzt hab ich alle Items voll Mehr kann ich nicht kriegen Oh Einer von unseren Leuten hat ein Double Kill gemacht Boah, was ist los, Alter Ey, wie die mich zerprügelt haben, man Leck mich am Arsch, ey Das war ja mal nicht schön Dann gibt's dann hier nur Active Spells Jetzt gibt's da noch irgendwann anderes Crowd Control, Enemy Speed Debuff Wollt, es gibt echt ein Spell, der macht dich immun gegen allen Schaden Ja Den kannst du nicht kaufen Kann ich nicht Nö Ah doch, den kann ich Den muss ich verkaufen Kann man den nicht verkaufen Aha Für zwei Sekunden macht der dich immun gegen alles, ne Ja Richtig krass, ja Boah, Alter Da verprügeln die mich mit vier Leuten, ey Mit vier Stück, ey Alter Scheiß, die Wand an, ey Ich werd mir jetzt noch Dick Potions holen, ey So, hat mir noch Dick Potions Oh, das war's schon Das war's Ja, da hatte ich 2011 Ja, für das erste Mal eigentlich ganz gut Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eigentlich der Mode, ne Ja Ja, ich würd sagen, da war's mal wieder für heute mit Smite Wir hoffen, euch hat's gefallen Und ihr habt mal einen kleinen Einblick in so einen Fun-Mode hier mal bekommen Jeden Tag ändert sich dieser Modus immer mal Es sind da auch andere Helden drin Es ist eigentlich nie derselbe Hatten wir bis jetzt noch nie, ne Ja Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Runde Smite Bis dahin, viel Spaß Ciao Tschüssi Tschüssi Tschüssi